So, jetzt sind wir hier... Also Leute, also wir spielen weiter. Und hier durch, hier was zur... Yay, ich spiele abgekackt. So Leute, ich bin wieder da. Mit diesem hübschen Ladebildschirm. Mir ist das Spiel abgekackt. Ich will jetzt wissen, was es für Aufwärtswirkung hatte. Mit einem Schwert in der Hand. Das gefällt mir jetzt mal nicht. Okay. Da ist eine Schatztruhe. Müssen wir hier... Nein. Okay, wir gucken, ob es jetzt wieder abkackt, wenn wir hier runtergehen. Moment. Wir haben nur Pistole. Und da sind wir nur ein Schuss. Okay. Für den Arsch. Für den Arsch, für den Arsch, für den Arsch. Auch wenn wir jetzt hier Munition kriegen. Gott, sind die heftig. Au. Gott, man hat nur ein Schaden. Das ist ja nicht mehr feuerlich. Wow. Yay, tot. Ähm. Okay. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es mittlerweile abgrundtief. Es ist sauschlecht. Es geht mir nur noch auf den Sarg. Ähm. Da ist ein Tiger. Was ziemlich cool ist, aber... Nee. Ganz im Ernst. Ich könnte echt kotzen bei dem Spiel nur noch. Yay. Game over. Ich sag da echt gar nichts mehr zu. Ich bin so kurz davor, das abzubrechen, weil ich kann nicht mehr. Die Steuerung ist für den Arsch. Das Spiel ist für den Arsch. Und wir sind jetzt in Level 5 von 16. Oh, nee. Wisst ihr, auf der Verpackung steht schön drauf. Von wegen, ja... 16 unterschiedliche gestaltete Level. Volle Action. 25 Charaktere Monster, Leichen. Und rote Ritter und weitere. Fesseln, non-stop Action. Ja, bla. Jetzt kann ich mir lehnen. Jetzt muss ich laufen und kämpfen. Aber... Es... Eine geile Beschreibung für ein scheiß Spiel. Ganz im Ernst. Komm schon. Geh. Sterben. Danke. Ja, klar. Die schießen mit ihren Stäben. Ganz logisch. Ganz logisch. Komm her, du Bastard. Verricke. So, Moment. Da ist einer. Sterben. Ich komm noch nicht mehr hoch. Nee, ist klar. Ist klar. So. Ja, durch die Wand schießen. Ganz geil. Ganz geil. Und yay. Boah, nee. Ey, ich krieg gleich ein Rappel. Dieses Dreckspiel bringt mich echt um jeden Verstand und lässt mich echt zweifeln an allem, was irgendwie... Kaum spiel laden. Ich krieg echt nur noch Anfälle. Das ist... Nö. Nö. Drecksladebildchen verschwinde. Danke. So, jetzt komm her. Jetzt müssen wir taktisch mal versuchen ranzugehen. So, du wirst jetzt gespawnt. Und ich komm jetzt nicht an dich ran. Und schon hab ich den ersten Schaden. Und schon hab ich zwei von den Typen am Hals. Und ich komm natürlich nicht hinterher. Und hier, yay, yay. Viel zu viele Gegner. Viel zu viele Schützen. Als dass ich irgendwas machen könnte. Ich zum Kotzen. Ja, nee, ist klar. Ich bin noch nicht mal da und ihr schießt mich, oder was? Reckt doch alle beide. Da, stirb. Danke. Oh mein Gott, Schadztroh. Ich bring mir jetzt auch so viel. Ein Heiler, Halter, anquirl, bla, irgendwie besser gewesen. So, was? Yay. Jetzt kommen da auch noch Gegner. Ja, ist klar. Nö, Leute. Nö, das bringt nix. Ich hab keine Lust mehr. Ich werd das Let's Play hier abbrechen und werd vielleicht irgendwann mal weitermachen. Und irgendwas tun. Oder es nochmal spielen. Oder sonst was. Aber jetzt. Nein. Ich werd... Es kann auch sein, dass ich es nie wieder anfange. Es ist mir scheißegal. Dieses Spiel aus dem Kick für 3 Euro hat mir das Genick gebrochen. Ist für mich zu schwer. Ich geb auf. Vielleicht versuch ich's irgendwann nochmal. Aber jetzt kann dieses Spiel mich am Arsch. Und zwar richtig, richtig derb. Und ich brauch jetzt was, womit ich meine Aggression auslassen kann. Das werd ich mir jetzt suchen. Euer Black State. Ciao, ciao.